hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von it takes two das spiel des spidermans spidermans bei der schwein bei der schwein das ist nicht spannend wenn er nicht mehr aufmacht lte er wird zu 6 haben wir schon jetzt wird eingeseinigt das zählt doch noch nicht müssen in der lokale also wir wollen auch die bühne Wir haben noch Schneebälle. Snow villain. Aha. Aha. Wie kann ich... Aha. Wo bist du denn? Cody. Aha. Warum triffst du immer ich nicht? Kannst zielen, das weißt du, ne? Wo? LT. Ah, okay. Wart. Ja, aber ich habe, äh, Low-Budget-Drücker, ich kann mir keine gescheiteste Drücker-Leiste. Ja, aber das ist ja... ...eine der Schultertasten. Ah, die Art der Krieg! Oh je, 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 je. Yes. Yes. Ich treffe, ich treffe, ich gönne dir immer Wünschen's. Ja, ist ja Humming, bis jetzt. Ja. Wie will ich da ausweichen? X. Hm. Ja, ja. Egal. Ja, und ich bleib gemacht, akzeptiere ich. Ja, ja, ja. Akzeptiere ich hier lange. Ja, Christoph. Herzliche Einsäufung. Dann haben wir die Dinger auch weg. Sicher, ich habe dich in den Dringarten und in den Truft gedrückt und es hat nicht getrefft. Ist doch kacke. Ist doch beschistest du. Ach, Demon. Du kannst das einfach nicht. Akzeptiere es einfach. Ich fahre mal besser als du. Jo, komm, du bist schon so viele Spiele besser als ich. Waren wir noch ein Türmchen übrig? Achso, ja genau, ein Türmchen. Gab es hier noch sonst irgendwas, was wir machen konnten? Wir müssen doch ganz hin und hoch. Aber wo kommen wir da hin? Hier. Ah, bei der Löwe. Boost. Das sieht aus, wie die große Rüe. Wow, das ist ein properer Machinerie. Ja, ich sah die Belltower oben. Na? Hängt sich ein bisschen hier. Na, ich drehe schon. Ne, mach mal. Ah, gut. Jetzt spring doch hier rüber und dann machen wir das kleine Nummer von vorne. Ja, wo es da ist, ne? Oh, damit der ist blau. Stopp, 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 stopp. Ah, oh Gott, das Wind, oh Gott, das Wind, oh Gott, das Wind, oh Gott, das Wind. Okay, dreh, 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 dreh. Nein! Oh, du Scheiße. Jetzt üben wir noch ein bisschen. Okay, 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 yeah, oh yeah. Ja, du, äh, manchmal geht's ein bisschen zu weit. Okay, jetzt fahr, jetzt fahr in eine Richtung, langsam. Eine Richtung fahren, langsam, Haller. Ja, Stückchen, 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 Stückchen. Okay, wuh, wuh, fuck. Ach Gott, jetzt geht es auch noch an der Steuerung. Ja, dreh, ich lass auch noch. Du musst noch blau, ne? Ich brauch blau, ja. Denk dran. Okay, mach. Ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr. Weiter, 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 und jetzt, ja. Das ist hin. Das ist schon so schwer, ist das doch gar nicht. Hier müssen wir was tun, oder? Ah. Bumms. Bumms, bums. Riesenradfahren. Ach, Kuh, kacke. Und Wasser. Ja, die Teilbahn, ich fahr. Eigentlich, eigentlich alles schön, oder? Eigentlich alles schön. Rise and shine, everyone. Hey, hey, it looks like that Gondola, come. Hurry, let's catch it to get to the top. Nein, nicht rückwärts, fahrwärts, fahrwärts, ja, warte, warte, ha, des müssten beiden Mixer gefallen ist Todes, dieses Weihnachtsmixer. Äh, ich würde dann noch gar nicht anfangen, so, du musst, ach so so, der wilde Partie hier oh Gott, what the fuck oh, oh, well, you know, it's dangerous out here oh, are you here alone, Turtle? dann müssen wir jetzt noch hier oh ich hätte einen Freund gefunden nee, nein, Lord Demon what? ein Turtle? out here? können wir hier noch was tun? ja, das kann oh, okay, wir müssen hier hinbringen vier Stück, okay okay, ich habe auch eine Heime gepackt ja, ich suche die nächsten ja, dann bringen wir die mal nach Hause wo sind wir da? frag ich die Leute, wir müssen suchen frag ich die Leute, wir müssen hier, hier ist noch ein Blaues, okay ja, ich habe hier auch ein Blaues gefunden bei mir, müsstest du, glaube ich, holen okay, mache ich ich bin dann schon wieder da? ja oh letztes rote Schildkrötchen ich glaube, das könnte in der anderen Richtung sein ja ja wahrscheinlich ist die drübe oder? ja, ich habe es, ich habe es und wo war es? war hier oben oh hau, das geht doch nicht macht er Musik da spielt Musik Musik. Ich hole Musik. Ja. Moment, du noch was mitmachen? Das sieht wirklich so aus. Geil, wir haben noch nie das Gefühl, das hat schon. So, ab in die Seilbahn, oder? Ja, bin da. Ab in die Seilbahn. Drücken oder ziehen? Drücken. Pumps, Pumps. Du hast alle diese lustigen Leute gesehen? Die ganze Stadt ist wieder lebendig. Wir haben es geschafft. Ja, mein Gehirn sind immer wieder rüber. Oh, gut. Oh, gut. Du auch. Hey, da ist der Schock, wo ich deine Weihnachtsgäfte hatte. Was? Du hast mir gesagt, du hast meine Gäste, bevor wir hier sind. Ich habe es. Aber ich lasse sie zu Hause. Du hast mir gesagt. Du hast mir gesagt, du hast mir gesagt. Du hast mir gesagt, du hast mir gesagt. Du hast mir gesagt, du hast mir gesagt. Natürlich nicht. Ich könnte mir aufzunehmen, meine Weihnachtsgäste. Aber was passiert mit den Gäste? Oh, ich habe sie. Es waren deine Weihnachtsgäste der nächsten Jahr. Hahaha. Smart wie immer, Mei. Oh, ich habe sie gehört. Ich fahre. Alle auf. Was ist denn hier? Hier war ein schnelles Bär. Oder wie war das? Ja, das ist mehr so. Oh, ich liebe diese Haute. Oh, das fühlt sich gut. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Oh, snazzy. Okay, das ist jetzt extrem gelbe Schnee und der ist extrem bad. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Geil. This one fits me perfectly. Na komm, was sagst du denn zu meinem Hut? Heh, nice. Gell? Win, 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 win. Oh, was geht denn hier ab? Speed. Und dann. Hey Cody. Do you feel the rhythm? Oh, yeah. It's Bartlett time. Scheiße. You can never pass. Ist hier Mario Kart oder so, ne? Banane. Gibt keine Banane. Guter Panzer. Blaue Rakete. Guter Panzer. Wow. Wow. Wie geil. Okay, das ist es. Get me out of here, man. Hahaha. What are you talking about? This is insanely cool. Wow. 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 Die stink. Ja. Fisch so bald. Ja. Wo ist denn die Busen? Wo ist denn der Busen? Ja. Ja, jetzt sind wir raus! Okay. Oh nein! Geil! Und weiter geht's! Ich hab den Fall völlig vergessen! Ja, das ist doch immer wieder schön, oder? Nice! Aber warum bist du nur als Zweiterin gekommen? Warst du so langsam? Ich hab einfach überholt. Oh ja! Ja, ich würd' sagen, das toll ist aber... Ja! Ja! Ich kann nicht fliegen! Wir sind alt, Cody! Wir können perfekt fliegen! Ja! Ja! Ich kann nicht fliegen! Ja! 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 Ich schau schon am Tisch schwimmen! Ich hab mich einfach nur umgeschaut gerade! Ich hab mich einfach nur umgedreht! Oh! Hier ist Wasser! Ja hier ist kein Wasser, jetzt geht's nicht weiter! Oh ne! Hier ist Wasser! Alter! Hier ist Wasser! Hier ist Wasser! Wasser! Hier ist Wasser! Ja, ich hab schon gesehen! Ich dachte, dass... äh... ...wenn's... ...was anderes... What is that machine? I think it's right under the lighthouse! Bereit? Mach ich auf! Oh, oh, oh! 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 Wow! What is this place? I don't know! Ist aus wie Bohrmaschinen! Äh, Bohrstation! Das ist, äh... Das ist, äh... ...der lighthouse... ...crew! Aha! Okay! Da ist er überall! Akeem! Okay! Yeah, of course! Aha! 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 Hola! Overkehr! Oh, great! Here we go! Here we go! Okay, okay, I tell them! They're delighted you came all this way to repair their candy factory! Haha! Uh, say what again? You see those generators over there? Repair them and the sweet candy will flow again! Hmm... Uh, I see. Okay. So, uh... Don't tell me. We're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Of course! Without sweetness, our relationship will die! Yeah, right. Just throw us some sweets and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms! Men! When was the last time you thanked Cody for taking care of everything in your home? Uh... Um... Well... Uh... Ouch! And we have you shown me some appreciation for working overtime to support the family! Huh? Huh? Ouch! Well, there was that time when... You know... Exactly! Now! Turn on the candy production and make the sweetness blow again! Haha! The Gleine eventron! Nuh, 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 nuh! Hope you pack your toolkit. Huuuuuhh! Huuuuhh! Huuuuhh! Auf ins Wasser! Ahja? Huuuuhhh! Link rechts hört doch gerade aus. Die Frage ist... Wir müssen jetzt alle 4 Rohren reparieren. Okay, dann geh ich schon mal ohne das Rebellion. Das ist schon mal falsch. Fisch, 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 Fisch! Oh, das war knapp. Fisch, Fisch, Fisch. Ich hab mal gewartet, guck was passiert. So, wo müssen wir in der Opfange? Ah, ich geh unten, ich geh unten. Oh ja, ich seh was. Mit der Wrench? Ah, da kommt der Wrench! Komm, Sau! Und nun? Geben wir zu den Rohren und drehen die fest. Ach, ey. Kommen wir doch mit dem Link an. Ich hab doch nicht schwimmt. Äh, hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Geht das nicht automatisch drüber? Oh mein Fisch! 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 Nee, nee, ich mein, haben wir die Schrauben fest! Ja, ja, die ist grünes Licht! Grünes Licht ist gut, also gehen wir jetzt dahin hin, wo der gerade ist, der Sack! Ja, nicht sagen, was soll? Ich drehe nicht, 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 ich drehe nicht! Oh mein Fisch! Oh, hat einer mischt! Er hat mich gefressen! Ah! Ah, ja, Paddel! Zieh! 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 Komm schon, Barry, ich glaub an dich du kannst, da bist du nicht stark genug! Ja, nee, ist klar! Schwimmen! So, aber bevor es weiter geht, bedanke ich mich bei allen Beteiligten! Bis zu sehen! Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir! Haut rein, genießt den Tag und tschüss!